Die Menschen werden wissen, wie ihr Ende sein wird. Die Höllenbewohner sind verdammt und werden verzweifelt nach einem Ausweg suchen. Sie werden in voller Hilflosigkeit sich an jene wenden, die über sie herrschen. Die Menschheit wird zu den Herrschern sprechen. Gewiss, wir waren eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns also nicht etwas von der Strafe Allahs abnehmen? Sie sagen ihnen nichts anderes als, wir sind euch gefolgt. Euch haben wir als Herrscher über uns eingesetzt. Damit ihr über uns regiert. Ihr habt uns den Haram erlaubt. Ihr habt Sinah erlaubt, so haben wir es gemacht. Ihr habt Partys erlaubt, so haben wir es gemacht. Zum Guten habt ihr uns nicht verpflichtet. Es war egal, ob jemand betet oder sein Geld im Erlaubten erwirbt oder nicht. Im Diesseits wart ihr führen, welche Ehre besaßen. Habt ihr nun auch im Jenseits die Ehre? Wir gaben euch unsere Kraft und unser Vermögen. Werdet ihr nun auch ein Teil dessen abnehmen, von dem, was uns gegeben wurde. Die Massen der Höllenbewohner schieben ihre eigene Schuld von sich und laden sie auf den Führern ab. Aber hatten sie denn nicht denselben Verstand und dieselben Augen wie sie? Die Führer antworten mir. Sie sagten, wenn Allah uns recht geleitet hätte, hätten wir euch recht geleitet. Es ist für uns gleich, ob wir uns mutlos oder geduldig zeigen. Für uns gibt es kein Entrinnen. So werden die Bewohner der Hölle, sowohl die Menschen als auch die, die sie beherrscht haben, die Schuld von sich schieben. Die Menschen schieben sie auf die Herrscher und die Herrscher schieben sie auf Allah. Denn sie sagen, wenn Allah uns recht geleitet hätte, hätten wir euch recht geleitet. Wenn sie erkennen, dass sie niemand die Schuld zuschieben können, wenden sie sich an Iblis, den verfluchten Schäffern. Es ist alles deine Schuld. Du hast uns das angetan. Wenn wir dir nicht gefolgt wären, dann würden wir jetzt zu den Guten gehören. Iblis wird von den Menschen umringt sein. Er wird sich erheben und sprechen. Al-Hassan, ebenso wie Al-Qurtubi erwähnen, Iblis wird sich am Tage des Gerichts erheben und eine Khutba auf einer Feuerkanzel in der Hölle geben, die von der ganzen Schöpfung gehört. Und hier beginnt die Khutba des Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns. Und wenn die Sache entschieden worden ist, wird er Shaitan sagen. Shaitan weiß genau, dass er die Menschen nicht mehr täuschen kann. Und er braucht es auch gar nicht. Denn die Dinge sind bereits entschieden. Er wird es geschafft haben, die Menschen in die Hölle zu führen. Und so wird er zu den Menschen sagen, wahrlich, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Ich aber versprach euch etwas und hielt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns auch über Iblis. Er macht ihnen Versprechungen und lässt sie wünschen nachjagen. Und der Satan verspricht ihnen nur Betörenden. Zu Lebzeiten hatte der Mensch die Wahl zwischen zwei Versprechen. Das Versprechen Allahs von der Abrechnung. Das Paradies für den, welcher der Rechtleitung folgt. Und die Hölle für den, welcher die Rechtleitung ablehnt. Und das andere, das Versprechen des Shaitan. Folgt mir, habt ein langes Leben. Ihr werdet glücklich sein und eure Zeit genießen. Ich habe euch versprochen und Allah hat euch versprochen. Ich habe Allahs Versprechen nicht vor euch versteckt, sodass ihr es nicht mitbekommen konntet. Ihr hättet wählen können. Doch nun seht ihr. Wahrlich, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Shaitan wird die gesamte Schuld, welche die Menschen versuchen auf ihn zu laden, zurückweisen. Und er wird auch sagen, warum das so ist. Und ich hatte keine Macht über euch, außer euch zu rufen. Und ihr habt mir gehorcht. So tadelt nicht mich, sondern tadelt euch selbst. Shaitan benutzt das Wort Sultan, um zu beschreiben, dass er keine Macht hat. Weder kann Shaitan die Menschen zwingen, etwas zu tun, was verboten ist, noch kann er Argumente liefern, die sie überzeugen, etwas Verbotenes zu tun. Nein. Es ist viel schwächer als ein Argument, was sie dazu trieb, sich vom rechten Weg abzuwenden. Er kann nichts tun, außer euch zu rufen und ihr ihm darauf gehorcht. Wie bitter die Erkenntnis der Höllenbewohner sein muss, nun zu erfahren, was ihr Ausgang sein wird. Hilflos und verraten. Nun, da sie erkannten, dass sie die Schuld niemandem zuschieben können, sagt Shaitan, ich kann euch nicht retten, noch könnt ihr mich retten. Ich habe es schon von mir gewiesen, dass ihr mich, Allah, zur Seite stellt. Weder die Herrscher, welche ihrem Volk das Schlechte erlaubt, noch Shaitan wird etwas von ihren Lasten tragen. In Jahannan ist jeder sich selbst überlassen. Und so wird sich Iblis von denen lossagen, die ihnen neben Allah anbeten. Er wird klarstellen, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. Ihr seid für alles selbst verantwortlich. Und ich löse mich davon, dass ihr mich angebetet habt. Und sie beteten ihn an, indem sie ihm gehorchten, glaubten und gefolgt sind. Meine geehrten Brüder und Schwestern, wir müssen aus diesem Ereignis Lehren ziehen. Die Menschen, die Shaitan beschuldigen, suchen die Fehler nicht bei sich, sondern bei anderen. Sie haben die List Shaitans nicht erkannt, bis es zu spät für sie war. Sie sind ihren Führern blind gefolgt, selbst als jene sie zu Jahendam eingeladen haben. Es hat sie nicht vor der Strafe bewahrt, ihren Herrschern zu folgen. Und ihnen wird keine ihrer Lasten abgenommen werden. Es ist eine gewaltige Gnade Allahs, dass er uns über den größten Feind der Menschheit berichtet. Allah deckt all seine Pläne auf und berichtet uns darüber, damit wir uns schützen. Diese Khutban wurde im edlen Koran verewigt, auf das wir über sie nachdenken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017